Body Slam Und MC Hammer 2, 3, 1 Jetzt geht's doch schon viel besser Nur einen so einen Kampf verbraucht, wahnsinnig viele WP Nein, ich habe keine Lust gegen euch alle zu kämpfen Und meine Lieblingswaffe, die Powerbombe 17, alter Schwede Explosionsschaden ist da Oh, sehr gut Erstaunenswert, aber sehr gut So, ich bin um jeden BP dankbar, den ich mir sparen kann Ich habe das dumme Gefühl, dass wir hier irgendein Rätsel zu tun haben Okay Hoffentlich war das jetzt das Richtige Na, das war nicht das Richtige Meine Lieblingswaffe Die Powerbombe Ich bin schon über eine Stunde dran Oh Mann Nein, erstmal Auch wenn es schmerzt, nicht den vorderen besiegen zu können Aber der liebe Kamek macht einfach zu viel Böses Ich vergesse es immer wieder Die kann ich inzwischen teilen, aber den anderen Zeug nicht Oh, er hat die Stacheln weggefahren Verdammt Ich dachte, dass das langt Au Ein Irrtum Eins, zwei, drei, vier Zack So, du kannst mich mal Und du machst jetzt Bombe Boah Gerade noch so, die hunderten Äh Au Mann Eins, zwei, drei Klack, bumm Und schon wieder fast ein drittes Level ab Es Dann habe ich Wahrscheinlich geht nur eine zu bewegen Dann habe ich gerade aus Versehen Sag ich mal Oh, sehr gut Äh, das ist genau richtig getan Sehr schön Ne, da wollte ich nicht raus So Ich wollte schon sagen Gleich muss ich dann denken Mal Pilze einzusetzen Oder ähnliches Hä Warum war da jetzt schon auf? Lieblingsattacke Ach, es ist praktisch Die Genugtuung ist, ich muss nicht einmal was tun Und er ist trotzdem tot Kann nicht noch mehr schrumpfen Weißt du was, drauf geschissen Ich mache hier nicht den Hampelmann Oder den kleinen Mann Ihr werdet einfach weggebombt Ach hier Bevor wir hier fertig sind Okay, gehen wir halt einfach rein Ob fälschen oder nicht fälschen Mich wundert's los Ich gehe dann doch mal von Fälchen aus Ist eigentlich über See irgendwas Ha 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 Ich bin nur per Zufall Ein Knüppel seitwärts hingekommen Sonst hätte ich da nicht dran gedacht Dass es vielleicht so sein könnte Das war jetzt echt Glück Mann, Mann Das habe ich nicht vorher gesehen Sehr schön Und wir können jetzt sogar noch einmal heilen Das ist zwar nicht viel Aber es ist immerhin etwas passiert Ach nee Wir haben eventuell gleich einen Gegner Und da möchte ich nicht auf Lucky Lester rum Wechseln Da, genau den meinte ich Oh nein Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück, oder? Dann setze ich mal Lucky Lester ein Bevor wir hier versauern Danke Anyways Hh Hh Health Moment, war das hier richtig? Nein. Oh nein! Hier war es schon richtig, nur... Die Rätsel werden immer größer. Ich bin schon bei einer Minute acht oder so. Äh, eine Stunde acht Aufnahme. Hui. Aber wo ist dann... War es einfach nur geradeaus? Na, nicht. Da haben wir jetzt alle Gegner platt gemacht. Deswegen kann ich das Frohn-Gutes mal benutzen. Hier, speichern wir. Und gehen mal rein. Aber ohne Lucky Lester. Schon wieder sowas. Boah, wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen. Denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber, wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Ja. Das ist natürlich völlig zwecklos. Aber versuche es euch. Das nur, weil ich ein so sanftes Herz in meiner steinernen Brust habe. Ja. War ein Witzwurm. Boah, ha, 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 ha. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Ja. Machen wir einen kleinen Quiz. Ach, du Scheiße. Drei Lila, vier Rot. So. Wie viele Coopers? Drei. That was right. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird es härter. Ja. Nächste Frage. Oh Mann. Oh Gott. Drei Rot, vier Blau, vier Grün. 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 Von welcher Sorte gab es drei? Rot. Oh man. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Ja, genau. Es war viel zu einfach, genau. Oh mein Gott. Vier blau, zwei rot, zwei grün. 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 Äh, was? Äh, die roten? Oh Gott. Hab ich ein Glück gehabt. Da war er da. Oh. Oh, wer kam durch den mittleren Gang? Oh, du Scheiße. Äh. Vier braun, zwei rot, drei blau, einen grün. Äh, 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 fuck. Ach. Wann's zwei? Oh, richtig geraten. Ahaha. Oh, die Antwort ist richtig. Hm. Ich kann nicht glauben, dass du schon viermal richtig geantwortet hast. Du hast reichst genug für die Spielchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste Frage. Oh Gott. Okay. Ja. Okay. Okay. Wir hätten woher rausgehen. Wie viele Arme? Vier. Zwei Coopers. Mann. Korrekt. Ich fasse es nicht. Du hast fünf meiner super harten Nüsse geknackt. Ich wurde geschlagen von Mario. Was für eine Schande. Das war meiner Meinung nach anstrengend. Ich muss einen Superpilz wegwerfen. Was für eine Schönheit. Was haben wir hier drin? So. Und dafür werfe ich auch einen Superpilz weg. Ne, einen Sternenwind. Einen Sternenwind weg. Wohin geht's hier? Gibt's hier ein Gelee Royale. Hör. Wow. Wow. Lass mich hoch. So. Und zu Gelee Royale schmeißen wir den Ahornsirup weg. Komm. Komm. Komm.